Tag 1 in San Cristobal. Nach dem heftigen Regenschauer haben wir unser Hostel verlassen und machen Spazierungen durch die Stadt. Wir sind sehr enge Straßen und alles voller Händler und alle Nase lang ist auch ein Marktplatz. Sehr schön. Fällt uns gut. Allerdings die engen Straßen und die vielen, vielen Taxen hier in Mexiko, die vertragen sich nur bedingt.